Servus an alle YouTuber und Facebooker. Wir haben vor zwei Wochen unseren neuen Song Because of Me veröffentlicht und ihr hattet gleichzeitig die Chance, eins von drei T-Shirts zu gewinnen. Teilnahmeschluss war hierzu der 14.1. und heute werden die glücklichen Gewinner gezogen. Speziell hierfür haben wir unsere wunderschönen Losfee eingeladen, die hoffentlich euch allen sehr viel Glück bringt und jetzt auch den ersten Gewinner zieht. Der erste Gewinner ist Antja Stint Auf ein weißes T-Shirt kann sich freuen Shirley Strasse Und last but not least Be the Unguided Hammer Herzlichen Glückwunsch dazu Wer jetzt kein Glück hatte, muss natürlich nicht traurig sein. Wir haben noch fünf weitere Plakate, die wir verlosen und das hier sind die glücklichen Gewinner Der erste Gewinner eines Plakats ist Ushima Als nächsten Gewinner haben wir die Corinna Jording Michael Walter Nathalie Manuela Eichelberger Und über das letzte Plakat kann sich freuen Liz Agonizar Alle, die heute kein Glück hatten, müssen nicht traurig sein Wir haben es mittlerweile auf die Reihe gekriegt, den Shop einzurichten in dem ihr die T-Shirts oder auch Plakate käuflich erwerben könnt Link ist natürlich dazu wieder in unserer Videobeschreibung Und sonst noch einen schönen Abend und reingehauen Tschüss